Ins Lager der Täter stolperte FDP-Mitglied Augstein nur einmal. Lieber Hans-Dietrich Genscher, wir heißen Sie hier in Reda-Wiedenbrück willkommen. Ihre Begleiter und vielleicht Sie selbst werden unterwegs gemerkt haben, wie dringend Reda-Wiedenbrück eine Umgehungsstraße benötigt. Hat Sie damals der Teufel geritten? Nein, Herr Teufel, ich habe Sie nicht geritten, sondern ich habe große Erfahrungen gewonnen, damals, früher und später, über die Innereien der Parteien. Davon weiß ich viel. Das hat mir auch viel genutzt. Aber natürlich, ein Mensch wie ich, was soll der im Bundestag letztendlich?